Und man konnte die Ideologie der damaligen Zeit, die konnte man eigentlich überall, in allen Bereichen des Lebens, lag die sozusagen wie Mehltau auf dem ganzen Leben. Man konnte sie fast, wenn man sensibilisiert war, konnte man sie sehen. Das ist heute sehr viel schwieriger. Wir haben das Gefühl, da ist gar keine Ideologie. Man läuft, sobald man irgendetwas in Frage stellt, läuft man eigentlich in Watte. Die Konturen sind weg, ragen von Macht. Wenn ich illegitime Macht entdecke und illegitime Macht sozusagen beseitigen will, dann bin ich in der historischen Tradition Anarchist. Ich möchte sozusagen keine illegitime Macht. Macht muss legitim sein. Das heißt, sie muss durch die Macht unterworfenen, muss sie gerechtfertigt werden. Also Anarchismus ist eigentlich eine Grundhaltung, jede illegitime Macht zu bekämpfen. Demokratie wird heute fast ausschließlich mit sogenannten freien Wahlen identifiziert. Das ist eine vollständige Absurdität. Das ist so ähnlich absurd, wie wenn man Anarchismus mit Gewalt identifiziert. Das ist eine Fehlidentifikation. Wahlen waren immer nur sozusagen die Ultima Ratio, wenn man sagt, anders können wir die Dinge nicht entscheiden. Wahl ist nicht das Wesen von Demokratie. Partizipation und Austausch in einem Debattenraum sind das Wesen von Demokratie. Vernunftbegabt sind alle. Ob sie aber alle ihre Vernunft, die ist ja ein Werkzeug unseres Geistes. Die Vernunft ist genauso ein Werkzeug unseres Geistes wie unsere Gefühle. Ob wir aber gelernt haben, dieses Werkzeug unseres Geistes in vernünftiger Weise anzuwenden, das hängt natürlich auch von der Erziehung ab. Das hängt von den Bemühungen einer Gesellschaft ab, so etwas zu fördern. Die Exekutive sollte eigentlich nur eine Serviceabteilung des Parlaments sein. So war das gedacht. Die Exekutive darf sich nicht verselbstständigen, denn das Einzige, was zählt, ist der Souveränität des Volkes, vertreten durch das Parlament. Heute haben wir das vollständig pervertiert. Das gesamte Parlament ist eigentlich nur noch ein Organ der Exekutive. Die Exekutive macht sich ihre Gesetze selbst, gibt sie dann noch, um im Parlament sozusagen eine Demokratieinszenierung. Das Parlament ist nur noch dazu da, für das Volk eine Demokratieinszenierung zu machen und sagen, wir verabschieden jetzt die Gesetze, die aber nie aus dem Volk gekommen sind, auch nicht über die Volksvertreter, sondern die aus der Exekutive gekommen sind. Das haben wir in allen westlichen Demokratien. Die Exekutive hat sich verselbstständigt, ist auch völlig unstreitig. Wir können keine demokratische Gesellschaft haben, in der wesentliche Zentren der Macht grundlegend autoritär organisiert sind. Insofern ist das richtig, jetzt kommt natürlich die Nachfrage gleich, wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren, wenn Kreti und Plety sagen, wie Siemens laufen soll. Aber es ist natürlich in gleicher Weise ein Problem, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, als die Leute sagten, wir wollen die Sklaverei abschaffen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mach mir doch mal einen Vorschlag, wie der ganze britische Lebensstandard ohne Kolonialismus und Sklaverei funktionieren soll. Das sind doch abstruse Ideen. Die Leute, die die Abschaffung der Sklaverei forderten, die haben doch nicht eine detaillierte Idee gegeben, wie die britische Gesellschaft funktionieren soll ohne Kolonialismus. Sie kann doch gar nicht funktionieren. Wissen wir doch, kann sie nicht. Sie musste sich grundsätzlich umändern, weil natürlich der ganze Lebensstandard dieser Gesellschaft auf Ausbeutung von anderen basierte. Aber wir hatten sozusagen den gleichen rhetorischen Trick. Die Leute, die sagen, wir müssen aber etwas ändern. Sklaverei ist grundsätzlich, ist eine der schärfsten Verletzungen des egalitären Prinzips. Sklaverei ist nicht zu dulden, wurde ihnen vorgeworfen, ihr habt ja überhaupt keine ausgearbeitete Alternative, wie es dann funktionieren soll. Wir haben heute ähnliche Sachen bei Kinderarbeit. Es gibt viele Versuche, die Kindersklaverei zu ändern. Und es kommt immer wieder die Idee zu sagen, unser Lebensstandard, wir können nicht eine Jeans für fünf Euro kaufen, wenn nicht überall in anderen Entwicklungsländern Kinder diese Sachen für einen Hundertslohn von einem Dollar nähen. Kindersklaverei kann man nicht abschaffen, weil unsere Wirtschaft wird zusammenbrechen, wenn man das machte. Also deswegen muss man immer sozusagen Analogien in der Geschichte finden und sagen, dieses Argument ist eigentlich verlogen. bestimmte Formen des Eigentums, die den Schatz einer Gesellschaft ausmachen, wie Wälder, Grundwasser, Luft, vieles andere. Das gehört der Gesellschaft. Da kann kein einzelner, es ist eine Absurdität, dass irgendein einzelner Mensch sagen kann, dies alles, was er nicht für seine täglichen Bedürfnisse und zum Überleben braucht. Das deklariere ich. Das ist wieder wie im Feudalismus. Da kommt einer und sagt, diese Ländereien deklariere ich jetzt als meine und ziehe einen Nutzen daraus, dass andere auf diesen Ländereien arbeiten. Diese Form eines Missbrauchs von Eigentum, die für die Gesellschaft schädlich ist, die muss unterbunden werden. Luft gehört nicht in private Hand. Trinkwasser gehört nicht in private Hand. Die Wälder gehören nicht in private Hand und so weiter. Es gibt Formen des Eigentums, die sollten der Gemeinschaft gehören. Und das heißt aber, Vergesellschaftung heißt, die sollten niemandem gehören. Der Finanzsektor ist, wissen wir heute alle, ist ein vollständig pathologisches System, das auf der, der, ist pervers. Es beruht auf etwas, wir nennen uns eine Leistungsgesellschaft. Wir haben aber ein zentrales System, was darauf beruht, dass keine Leistung gerade erbracht wird. Das ist wie im Feudalismus. John Locke sprach mal davon, dass, wer das Land, im Feudalismus war es das Land, heute ist das Kapital. Wer das Land besitzt, der kann im Schlaf reich werden. Das Prinzip des Feudalismus beruht darauf, Mechanismen zu schaffen, dass jemand ein leistungsloses Maximaleinkommen hat. Das ist das Prinzip des Feudalismus. Der Finanzkapitalismus wiederholt das sozusagen, dieses feudalistische Prinzip mit anderen Mitteln. Das ist mit dem zivilisatorischen Fortschritt einer Demokratie unverträglich, weil es wieder zurückführt darin, das macht das Recht des Stärkeren. Wer die stärksten Finanzmittel hat, der kann alles. Der kann sich Gesetze kaufen, der kann internationale Gesetze über Anwaltskanzleien machen, der kann Thinktanks betreiben und so weiter und so weiter. Wikileaks hat einmal eine Bedeutung als eine technische Plattform, um kryptographisch sozusagen Informationen zu übermitteln, auf die die Macht nicht zugreifen kann. Wikileaks hat deswegen gerade eine so große Funktion, weil es diese demokratischen Prinzipien realisiert hat und sie hat Macht sichtbar gemacht. Und das führt natürlich bei der Macht dazu, dass sie mit einer extremen, eigentlich unerbittlichen Aggressivität, die, die das Hauptprinzip der Macht verletzen, unsichtbar zu sein, dass es die bis zur Vernichtung, muss man sagen, bis zur Vernichtung verfolgt. Obama war derjenige, der mehr Whistleblower verurteilt hat nach dem Spionage eckt als alle anderen Präsidenten zuvor. Gemeinsam, kumulativ. Obama hat gleichzeitig, und deswegen ist der Fall sozusagen mehrfach interessant, sich nach außen immer das Bild vermittelt. Obama war ja eigentlich ein Werbeprodukt, deswegen hatte er einmal den Preis von der amerikanischen Werbewirtschaft als bester Selbstvermarkter des Jahres bekommen. Obama konnte ein Bild, rhetorisch sehr gewandt, ein Bild in der Öffentlichkeit erzeugen, was mit seinem Bild. Er hat die meisten Drohnenmorde begangen, er hat während der gesamten Präsidentschaft Krieg geführt. Obama hat einen Rekord an Untaten, der im Grunde den der vorhergehenden Präsidenten übertrifft. Hat es aber stet geschafft, in der Öffentlichkeit bis heute sich sozusagen weiß zu waschen als der strahlende Held. Zwischen Obama und Trump ist kein qualitativer Unterschied. Die sind sozusagen Gewächse aus den gleichen Machtstrukturen. Es gibt aber einen quantitativen Unterschied in der sozusagen Rübeligkeit, Vulgarität. Obama gehörte sozusagen zu der Schicht, die gute Manieren hat. Und Trump hat eben schlechte Manieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020